So, da ist jetzt einmal ein Blick hier in unser Zimmer, da ist der Kai, da ist theoretisch der Marius, da bin theoretisch ich, da ist praktisch dein Notebook, das Fenster, da ist unsere coole Maus, die man scheiße sehen kann. Ja, das war völlig egal, erstmal einen Schatten an der Wand, da haben wir hier, uh, Lichtflash, das Badezimmer, da haben wir einen viel zu niedrigen Spiegel, so, guck mal, guck mal, so muss ich hier stehen, um mir morgens die Haare zu machen, das kann nicht gesund sein. So, ja, wisst ihr Bescheid, ne, oh, guck mal, ich ist an, oh, es lebt, so, auf wem ich jetzt nicht mein Passwort eingebe, nein, tue ich bestimmt nicht. Na, habt ihr seine Spiegelung erkannt? Hä? Guck mal hier, Drogen, ja. Zahlt nicht viele, aber ausreichend. Njam, 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 njam. Na ja, eine Wasserflasche. Oh, was kostet? 5 Euro, pro Person, pro Tag. Komm, Kai, mach mal was. Da ist Hand, da ist Hand, Hände sind über der Bettdecke, jawoll, gut gemacht. Wie, jetzt wird es ja noch verfolgt. Was sagt dazu, nur make some noise.